Moin, herzlich willkommen zum 13. Video der Playlist Gleichung umformen. In diesem Video beschäftigen wir uns wieder mit einer Gleichung aus der Physik. Wir sind ja nicht nur Mathematik, sondern auch Physiklehrer. Und die Mathematik ist natürlich sehr, sehr wichtig auch für die Physik. Und du wirst auf jeden Fall hier sehr viel lernen, weil es passieren hier sehr oft viele Fehler. Und aus diesem Grund beschäftigen wir uns jetzt einmal mit dieser Gleichung. Wenn du es nicht hinbekommst, ist es wirklich gar nicht schlimm. Man lernt auch sehr viel, indem man sich einfach eine Lösung anhört, nachvollzieht und dann beim nächsten Mal richtig anwendet. Aber jetzt probiere erstmal die Aufgabe zu lösen und pausiere das Video. Die erste Sache, die viele Schüler nicht verstehen, dort steht einmal so ein H1 und ein H2. Das sind unterschiedliche Variablen und die stehen natürlich auch für unterschiedliche Werte. Das M und das G, das jedoch nicht. Das ist eine Variable und die steht nur für einen einzigen Wert. Und was wir sehen, wir haben überall ein M. Es kommt überall ein M vor. Auf der linken Seite M mal G mal H1 und auf der rechten Seite haben wir eine Summe und dort kommt auch überall ein M vor. Wir können also die ganze Gleichung einmal durch M dividieren. Das heißt, wir können das M überall einmal wegkürzen. Ganz wichtig, auf der rechten Seite haben wir eine Summe. Und wenn wir eine Summe haben, müssen wir aus jedem Summanden das M wegkürzen. Wenn es irgendwo nicht vorkommen würde, könnten wir es nicht wegkürzen. Wenn wir uns das G zum Beispiel angucken, wir können jetzt nicht durch G dividieren. Das bringt uns nichts, weil bei dem 1,5 V Quadrat am Ende, dort steht kein G. Und deswegen können wir auch nicht durch G in diesem Fall dividieren. Jetzt wird die Gleichung auf jeden Fall schon mal ein bisschen einfacher. Es bleibt also alles stehen, außer wie gesagt das M. Und im nächsten Schritt muss uns klar werden, dass wir auf der rechten Seite, so wie ich eben schon mal gesagt habe, ein Plus stehen haben. Wir haben dort also eine Summe stehen. Dort werden zwei Sachen addiert. Einmal G mal H2 plus 1,5 V Quadrat. Und was wir jetzt machen, wir wollen ja das V am Ende ganz alleine auf einer Seite stehen haben. Und was wir jetzt also machen, wir rechnen minus G mal H2. Dort steht ja G mal H2 und wenn wir jetzt einmal das Gegenteil machen, also minus G mal H2, dann wird es auf der rechten Seite halt nicht mehr stehen. Weil G mal H2 minus G mal H2 ist halt 0. Wir müssen das natürlich auf beiden Seiten machen. Auf der linken Seite würde dann halt stehen G mal H1 minus G mal H2 und dann auf der rechten Seite 1,5 V Quadrat. Und du siehst, mit jedem Schritt nähern wir uns unserem Ziel, dass wir das V am Ende ganz alleine isoliert auf einer Seite stehen haben. Im nächsten Schritt stört uns noch die 1,5. Dort steht ja 1,5 V Quadrat. Und was auch wichtig ist, nicht jetzt schon die Wurzel ziehen. Erstmal müssen wir den Vorfaktor vor dem V Quadrat, den müssen wir irgendwie wegbekommen. Wir könnten jetzt geteilt durch 1,5 rechnen. Das ist auf jeden Fall machbar. Man könnte aber auch, wenn man einen Bruch hat, mit dem Kehrwert multiplizieren. Und das wäre in diesem Fall die 2. Wir könnten mal 2 rechnen, weil dort steht ja 1,5 mal. Und 1,5 mal 2 ist halt genau 1. Und somit würde da nur ein V Quadrat stehen bleiben. Und das würde uns auf jeden Fall sehr viel helfen. Der nächste Fehler, der ganz häufig gemacht wird, ist, dass wir jetzt auf der linken Seite eine Differenz haben. Dort steht ja G mal H1 minus G mal H2. Das können wir auch erstmal nicht weiter zusammenrechnen, weil H1 und H2 sind andere Buchstaben. Aber wir müssen jeden einzelnen von diesen Termen jetzt mit der 2 multiplizieren. Das musst du dir auf jeden Fall merken. Und jetzt würde dort halt stehen, 2 mal G mal H1 minus 2 mal G mal H2 ist gleich V Quadrat. Und nun, wenn wir jetzt so weit gekommen sind, jetzt ist der letzte Schritt der einfachste. Man muss aber erstmal dahin kommen. Und im letzten Schritt müssen wir jetzt nur noch einmal die Quadratwurzel ziehen. Wir haben ja ein Quadrat dort oben stehen, V Quadrat. Wir wollen ja nur noch V alleine stehen haben. Und deswegen machen wir das Gegenteil. Wir ziehen einmal die Wurzel, weil Quadrat und Wurzel, das sind Umkehrfunktionen, die heben sich gegenseitig auf. Und am Ende würde halt nur noch auf der linken Seite jetzt das V stehen bleiben. Die gesuchte Größe schreibe ich am Ende immer nach links. Auf der rechten Seite bleibt erstmal eine große Wurzel stehen. Und unter diese große Wurzel schreiben wir einfach diesen gesamten Ausdruck 2 mal G mal H1 minus 2 mal G mal H2. Ich hoffe, du konntest die Aufgabe nachvollziehen. Vielleicht bist du ja selber auf die richtige Lösung gekommen. Ich bin sehr gespannt. Kannst du ja mal kommentieren. Und auch wenn du nicht darauf gekommen bist, die ganze Playlist ist darauf ausgelegt, dass du die Aufgaben anguckst. Idealerweise selber durchrechnest. Aber wenn du nicht alleine auf die richtige Lösung kommst, guck dir meinen Lösungsweg an. Dann probiere daraus zu lernen und es beim nächsten Mal anzuwenden. Auf jeden Fall schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Mal schauen im nächsten Video, worum es da geht. Da lasse ich mir noch was Schönes einfallen. Also bis gleich. Ciao, ciao.